Times Machen wir mal weiter Phony Mode, ich hab richtig Schisserino, alter Aber richtig Mojen Ah, ich kann hier gucken Wann hab ich da gespeichert? Okay Okay He locked this door, better find another way Okay I don't need to go back up again Nein Du weißt gar nicht, was du brauchst AHHHHH UFU Penis, Penis Penis, Penis Lol Was bist du von... Perpest dich mit deinem Hammer, alter Hast du irgendwelche Störungen? Lol, das sind zwei Jo, ich komm jetzt zurück Kannste vergessen, ich mach den Scheiß nicht mit Wie soll ich die denn machen, Mann? Das geht gar nicht Haben die Entwickler total gekifft oder so? Das ist nicht wahr, Mann Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Wie soll ich den Scheiß machen? Mehr hier, du Bastard Oh lol Man fick dich jetzt, Alter Ich bin halt in der Missgeburde Wie siehst du überhaupt aus? Alter, wie kann man so hässlich sein? Er will der aller hässlichste sein Wie's keiner vor ihm war Dem 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 Ganz allein bist du hässlich Oh Gott Oh lol Au Wie soll man denen denn ausweichen? Guck mal wie die zuschlagen Ich möchte an die Krüppel hauen Jetzt müssen wir die Scheiße schon wieder nehmen, ey Kann ich hier irgendwas machen? Nee, nee, nee Ist ja gar nichts Warum bin ich in den Scheiß Raum gegangen Und hab diese Scheiß Vieh getötet, wenn die nichts ist? Halleluja, ich hab Schuhe gefunden Warte, ich muss mir ordentlich Die ganzen rumge- kreische und rumbewege Krieg ich die Boxerschrotzen meiner Arsch Das ist ja eh klar Gut weh So Kommen wir mal von Boxerschrotzen und Arschritzen Zu Waschmaschinen Toll Scheiße hier Mal kurz nachladen Damit wir ne geladene Waffe dabei haben Easy Warum nimmt man nicht einfach mal beides in der Hand? Ne? Mama? Bist du es? Okay, hier ist nichts Hier was? Auch nicht Nichts Nichts Wieso gibt es denn immer hier diese ganzen Räume wenn hier nichts Äh, oh Gott, jetzt will ich schon wieder rausgehen Ich wollte noch gar nicht rausgehen Hm Jo? Was ist das hier? Es sind viel zu viele Wege und so Das macht mich fertig Ich find auch nichts Was ist denn das da? Ach loll Nichts wichtig ist anscheinend Ich weiß nicht Ob ich jetzt Draußen sein will Aber wir haben es aus dem Apartment geschafft Leute wir haben es geschafft Oh mein Gott Wir haben einen Schlagstock You got the knife stick Baaah Mio Jetzt kloppen wir die alle weg Amf Ich weiß nicht was einem Schlagstock besser sein soll Oh leu Oh leu Oh leu nicht so viele Reden mal kurz Oh leu die können auch Leute kloppen trotzdem auf mich weiter Haha Wartei Ich kann ich dich auch nicht treffen Dann kriegt er fünf Jahre mit dem Schlagstock ein Ah easy Also ihr denkt die können mich bumsen Oh Gutes willen Das könnt ihr aber nicht Weil Ich bin So kannst du auf dich rauf springen? Warte ich steh mich auf ihn rauf Oh leu dann kann mich trotzdem noch treffen Komm schon ey Ich treff ihn nicht Meine Güte Ich treff ihn einfach nicht Jaja Soll das Wind sein? Das würde ich alles so nirgern Machen würde Die Call Number Press That 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 Ok Ah ja Ja klar weil ich das denn hier erstmal rausnehmen muss 5 4 3 2 1 4 5 4 3 2 1 4 Alles richtig? Jo Hallo? Hallo? Who is this? Follow the path of inequity You have not the delight Are you seeing your new monster? What? What the fuck are you talking about? I need help, please! 5 2 4 and 7 God damn it! Help me! Ich schreibe jetzt mal kurz auf 5 2 4 7 So Aufgeschrieben Aufgeschrieben Ending Ah Okay Hätte ich mir gleich ausschreiben müssen 5 2 4 7 Easy Das kommt jetzt ein bisschen später Deswegen das ist mir okay Jetzt sind wir ja schon wieder irgendwo drinne Dann bin ich gerade aus irgendwo rausgekommen Dann müssen wir jetzt schon wieder in das nächste reingehen So eine Scheiße Okay Hey deswegen kriegt er auch keine Hilfe Weil er nicht gesungen hat Help! I need some bodies Help! Let me trust anybody Help! Ich weiß nicht ob ich da hinten weiter gehen will Oh Gott das Scheiße will Schon wieder Doppelt W gedrückt Und davon erschrecke ich mich Mann Die kommen nicht wieder raus! Nee Rennfenni Rennfenni Ah Gott Oh Gott Oh Gott Hier war ein Kettensägentyp Ich bin falsch Hier kommt man Hier Aber Ich muss mich auch nicht hoch Ich gehe dir jetzt einfach mal entgegen Hallo? Hey! Für Gottes Willen Halt dein Maul K 아� doin Ohhhh LÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖLÖ你有 was? der war hier runter easy ok ok ja wir haben es geschafft geil da kann man speichern geil geil man geil geil Fanny ist besaved Fanny hat gesaved und Fanny will hier wieso ist das hier so AHAH blut gif NONONONONONO ARGH Uns geht die fucking Munition aus, Mann. Da haut nicht einer. Ich seh ihn schon. HÄH GOTT, der erschreckt mich trotzdem. Äh, der will mit der Ablecken. Oh Gott, das ist hier. Oh Gott. Oh, ich bin fast tot, Mann. Shit. Ich brauch unbedingt Leben, Alter. Ich brauch unbedingt ein Leben. Halt die Fresse. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Lass mich alle in Ruhe. Au. Was ist da durch? Na, kommst du nicht hier hoch? Oh, lol. Ich bin übelst langsam. Ich bin langsam, weil ich hab kein Leben mehr. Komm schon. Und ich muss doch bloß da durch. Schneller. Raus hier. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Hallo. I can hear radio inside, however the door is wrecked. Ach, scheißen. Was, Fanny650 auf Ebay? Was, 650 auf Ebay? Ja, ich verstehe, dass du heulst. Ich heul auch. Ja, was bist du denn? Was bist du denn für ein Popel, Alter? Ich nenn ihn Holger. Ja, er hofft zu heulen. Jetzt darf hier kein Viech mehr kommen. Wir haben echt kein Leben, Alter. 650 ein Leben. Hahaha. Kommt einfach kein Leben. Ich brauch Leben. Ich kann mich jetzt nicht töten, Mann. Ich würde mich ja gerne mit unterhalten, ne? Aber geht jetzt echt total schlecht. Guck mal hier. Oh, yeah. Oh, yeah. Outplayed, bitch. Outplayed. Of Doom. Of Doom. Oh, wir sind jetzt aber noch keiner kommt. Wir sind gepickt. Oh, warte, kommen wir da? Oh, sie. Oh. Okay, jetzt sind wir gepickt. Oh, Leute. Überlebt. Geil. Aber fast tot. Und die Viecher kommen und sind... Renn. Bro, renn doch. Oh, Gott. Wir haben es überlebt. Oh, mein Gott. Ich bin ein Gott. Jetzt müssten wir, glaube ich, ein bisschen warten, bis unser Leben sich ein bisschen regeneriert hat. Eigentlich. Eigentlich. Aber... Aber... Aber ich glaube, es regeneriert sich gar nicht. Deswegen kommen wir auch gleich weiter. Ganz scheint, sind wir hier nirgends sicher, ey. Das ist doch scheiße. Hallo? Safe Point oder irgendwie sowas. Oder eine Spritze, womit ich Leben wieder kriege. Ich habe nämlich kein Leben, Leute. Bin fast tot. Hallo? Ist hier irgendwie Leben? Ich laufe hier schon wieder übel zu Spassi, Alter. Aua. Kann ich durch die Röhre gehen. Yay. Ist hier irgendwas? Oh, nö. Ich will da nicht schon wieder runter. Ich mochte das eigentlich hier oben. Ich fand das hier oben ganz schön. Ich sag's, wenn ich Ende des Jahres schicke ich dir eine ZD mit einbildern, die ich von dir und David im Zoom gemacht habe. Mach das mal. Ach komm. Die ist doch nichts, ne? Ich brauche eine scheiß Spritze, Alter. Ich brauche mein Frühstück. Hallo? Spritze. Komm schon. Soll ich da echt wieder runtergehen, ohne irgendwie Leben zu kriegen oder sowas? Scheiße. Ja, geh wieder runter, Alter. Wenn die glücklich werden dadurch, dann machen wir das. Oh, das sieht hier nicht so schön aus. Spritze. Am Anfang lang so viele rum, Mann. Jetzt ist hier einfach mal nix mehr. Wir haben keine Munition, wir haben keine Spritze, wir haben nichts. Wir können nur davon nur speichern, Alter. Jetzt haben wir wenig Munitionen. Wenigstens was, Alter? Wenigstens was? Also ich wusste ja, dass du so bist, wenn ich, aber dass du so bist, was meinst du? Ich bin gespeichert, ich bin fast tot. Ich bin fast tot, Mama. Ich bin einfach mal fast tot. Ich bin fast tot. Teddy, du beschützt mich jetzt. Haben wir uns verstanden? Jetzt kann mir absolut nichts mehr passieren. Ich wiederhole. Teddy, du hast nicht deinen Job gemacht. Du hast ihn nicht gemacht. Wie bin ich denn jetzt gestorben? Wie bin ich denn bitte? Teddy? Sag mir mal bitte, wie ich gestorben bin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie ich gestorben bin. Statt, Teddy, wo setze ich dich jetzt hin am besten? Ich verstehe es nicht, wie ich jetzt gestorben bin, Mann. So. Carefully. Carefully. Wird aus, Teddy. Ich habe sogar zwei davon, weil die liebe Nadel mir damals die geschickt hat. Wollen wir nachladen? Warum bist du so schnell, du Missgeburt? Warum du so schnell bist, habe ich gefragt. Guck dir mal an, wie hässlich die, die gemacht haben, Mann. Das sind Monster, die richtig ekelhaft aussehen, Alter. Da kam ja ein Spasti, Alter. Was? Den habe ich ja gar nicht gesehen, Alter. Der will mich doch natzen, Alter. Du bist unfair. Weißt du das, du Spasti, Alter? Ich habe mal nicht gesehen vorhin, du Spast. Dann hast du mich schon mal umgeklackt. Teddy? Ich kann nicht mit dir arbeiten. Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich kann mit diesem Teddy nicht arbeiten. Ich komme nicht weiter, ey. Das ist doch scheiße. Ich will die Spastis mich hier einfach wegnatzen. Easy. Legt euch nicht mit mir an, ihr Fotzen. Gut. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Sehr schön. Hier braucht man wieder eine Nummer, Coach. Okay, okay, okay. Ey, jetzt braucht man ehrlich mal eine Spritze, Alter. Sonst wird das nichts. Hier ist immer noch eine Spritze. Ich brauche keine Munition. Ich brauche eine Spritze. Was ist das denn? Da liegt doch eine Spritze auf dem Boden. Oder was ist das? Ah, das ist ein Kugelschreiber. Toll. Mann. Scheiße. Na gut, okay. Ich brauche irgendwas. Ich brauche eine Spritze, weil ich brauche Leben. Kann das doch nicht weitergehen? So geht das doch nicht. Oh mein Gott, da ist eine Spritze. Oh, was ist jetzt? Wer soll die Scheiße denn lesen können? Welcome to the team. Hi. Wartet mal. Okay, ich habe es mir jetzt durchgelesen. Der Code ist 279 und die letzte Zeit kann ich echt nicht lesen. Ey, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht insilfern. Ich habe so Arschwasser, Mann. Ich bin so am... Ich bin so am schwitzen, ey. Auf Doom. Es ist so normal. Mail, I can set it in fire. Warum hat das nicht... Warum hat das nicht angefangen zu brennen? Oh, lol. Warum soll ich das... Warum will ich das denn in ein Feuer setzen? Da vorne... Da ist doch... Ach so, das ist ein Seil. Was ist das? Und das Seil verschießt das oder was? Weil das einfach nur an einem Henkel hängt. Und deswegen kann man die Tür nicht aufmachen. Bitte, was ist das für ein Blödsinn? War das irgendwas? Aber ich weiß nicht was. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein Feuerzeug oder sowas anscheinend. 279... Keine Ahnung. Okay. Wo kriege ich jetzt das Feuerzeug hier? Das ist gut. Hier ist das... Ja, jetzt probiere ich das aber durch. 279... 269... 269... War das jetzt falsch oder richtig? Falsch. 279... 289... Ah! Siehste! Easy! Geil. Hey! Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon durchkommen sollten. Oder ob uns jetzt halt einfach das Feuerzeug dann fehlt. Aber wir sind durch. Ich meine, darauf würde jeder andere auch kommen. Ah, nö. Nö, nö. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön. Ah, nö. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Da sollte was besseres einfallen. Da. Was? Schrofflitten-Munition? Ich will die Schrofflitten, wo ist die Schrofflitte? Ich will sie haben. Was sind das für Geräusche? Okay, da vorne kommen wir wieder raus. Sehr schön. Will ich hier raus? Oh, oh. Schon wieder so ein Verrückter. Hey, Kiri! Oh, Leute. Zwei Stück! Sogar was du darfst. Ich will sie haben. Oh, Leute. Nice! Bam, Junge! Bam, Junge! Bam, Junge! Geil. Schrofflitten durch. Und ein Feuerzeug. Nice one. Alles klar. Wir müssen das Schrofflitten. Geil, 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 geil. Voll klasse. He, he. Geil. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier zurückgehen. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts Neues ist. Okay. Carefully. Okay. Jetzt haben wir ein Feuerzeug. Bevor wir jetzt nochmal weitergehen, werde ich hier... Ulla, Vorka, Schneeroope, Tüsten, Pickard, Tüten, blablablablablablablabla. Ne, ne, ne. Ne, das sind wir zu viel. Verpiss dich. Verpiss dich. Steh mir doch nicht im Weg, du Frotze. Na klar, jetzt geht er langsam, na klar, na klar, natürlich, tue ich doch das jetzt 5 Jahre, lass mich doch jetzt schießen Los Niemals mit mir anlegen, niemals mit mir anlegen, jetzt sind wir schon wieder fast tot, geil, so gefällt mir das Schön, nice Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für heute erstmal mit dem Spiel Äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen, aber Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht bei jeder Folge machen konnte, ich konnte mich jetzt nicht bei jeder Folge verabschieden Aber ich glaube, wir haben heute ganz schön was geschafft und wir haben jetzt bestimmt so 2 Folgen, 2 oder 3 Folgen müssten das ungefähr sein Wir sehen uns denn im nächsten Video wieder, bis denn, tschüss Peace Outro